RTF1 und die Hechinger Kinos präsentieren bis zum 12. August, zum 19. Mal die Open-Air-Kinonächte 2014 im Hallenfreibad in Hechingen. Einlass ist täglich ab 20 Uhr. Am morgigen Montag sehen sie den Film Sein letztes Rennen, eine Tragikomödie über das Älterwerden. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Jeder, der nachweislich erfolgreich an einem Marathon teilgenommen hat, erhält freien Eintritt. Bei Regen stehen im hinteren Bereich überdachte Sitzplätze bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017